hallo und herzlich willkommen bei red.gamble ich bin heute wieder auf die jagd nach dem ticket und heute habe ich das spiel mal strike force squad rpg ich werde erst mal starte mach vollbild rein warte habe ich diesmal sound an sound ist an ok dann kann es jetzt losgehen ich brauche noch einen schurken mein schurke war weg da älgere ich mich immer noch drüber ich hatte so viele sachen gehabt und dann auf einmal gut da sind wir wieder zack nehmen und das nehmen wir auch und das nehmen wir auch gleich erstmal öffnen vielleicht kommt ein schurke nur puzzle teile immer noch nicht kerry man überspringen ist nur für heiler hier sieht auch schlecht aus für mich so 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 Okay. Ganz knapp. Also ich denke mal den, ach, kann ich wieso nicht machen? Wollte grad sein, kann ich nicht. Oder? Nein. Geht nicht. Elektra immer noch. In der letzten Runde. Da bei Bone Crush, wie ist er? Crush Bounce. Komme ich auch nicht weiter. Dann schauen wir uns mal die Herausforderungen an. Da, 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 da. Da habe ich nur zwei Sterne, keine drei. Okay. Dann wird jetzt mal zugeschlagen. Okay. 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 Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Hier der Steremon bright. Ich verstehe. Hier nach oben. Uff. Und so wird es zu sehen. Und drei Sterne, jawoll. Oh, da kommen wir nicht hin. Vielleicht werde ich ja gleich noch 24. Ich denke eher weniger, aber... Benötigst zwei Fernkämpfer. Mist. Herausforderung, Events habe ich sozusagen fertig. Dann bleibt nur noch Kampagne bei mir. Ich gehe aber erst mal auf die Liste. Schurke 3-1. Habe ich nicht. Wo kriege ich das her? Helden für 4. Schurke 3-1 ist das. Schurke 3-1. Und so weit bin ich noch gar nicht. Oh, das hätte ich aber. Welches Level? 24. Und das ist Schurke 1-2. Ich brauche nur einen Schurke. Und der war bei Schurke 1-8. Das war Schurke 1-2. Äh, 1-4. Genau. Helden 6-7. Das war 1-2. Ja. Und hier haben wir auch 1-2. Das war's ja dann schon. Das war's ja dann schon. Was soll ich denn jetzt machen hier? Schließe 2. Herausforderung ab. Helden Kampagnen 3. Das ist der Punisher. Ich könnte den hier spielen. Hawkeyes. Für Fernkämpfer. Schauen wir mal durch. Hier kann man auch Figuren drunter finden. Also Spieler. 41, 42. Aber ich probiere lieber das, wo man die dann kriegt. Also den habe ich ja schon. Panischer. Dann probieren wir jetzt den Hawkeyes zu bekommen. Habe ich keine 3 Sterne, kann ich kein Automatik machen. Das wird sich aber gleich ändern. Automatik. Hulk. Zwei Schläge, schon liegt er da. Ja. Zwei Stück von Hawkeye. Gut, dann habe ich jetzt nicht hier. Ah, der hat auch noch nicht alles. Ich mache jetzt mal die ganze Linie erst mal voll mit 3 Sternen. Automatik. Die konnte noch nicht mal Verstärkung rufen. Okay. Autosieg. Vier Mal nur. Naja. Stufe 20. Yoho. Oh. Vier Stück habe ich gekriegt. Also habe ich jetzt sechs von ihnen bekommen. Allianz. Ich. Ich. Ich bin schon in einer Allianz drinnen, okay. Dann schauen wir mal die, warte ne, zurück erstmal die Liste, okay, es dauert noch so lange. Wenn ich sechs Stück pro Tag kriege, dann bräuchte ich noch zwei Tage, um Hawkeye zu bekommen. Schauen wir mal hier nach, was wir hier haben. Okay, ein Erfolg, wann habe ich den Hulk, sollte ich auch noch lange. Gesamtkampagne, okay. Bei zwei, können wir den hier kämpfen? Ach, scheiße, jetzt habe ich Einzelkampf genommen. Autosieg. Und ihn habe ich auch noch nicht. Autosieg. Und ihn habe ich auch nicht, Autosieg. Den habe ich schon, gut. Welche zwei Kisten? Schon wieder die zwei. Meilenstein. Tägliches Ziel. Muss noch Herausforderungen machen. Ich kann meine nochmal kurz verstärken. Trainieren. Auf Level. Das war mit 24. Not das, ich weiß nicht, der rightly ist. ich glaube gleich habe ich kein geld mehr ich habe nur noch eine million oh jones fehlen mir noch fünf stück hier fehlen mir 20 ok bei einem fit über mehr schade jessica jones herausforderung mal hier auto 24 wäre ich doch nicht mehr und hier brauche ich noch einen fernkämpfer also komme ich da nicht weiter außer ich kriege jetzt einen fernkämpfer aber schurken wir besser ein puzzle teil ist ja mal gar nichts schurkenkampagne da man war rüstung einmal ausrüstung teil super ok drei käufe braucht keiner braucht keiner braucht keiner 50.000 da habe ich erst 5 da habe ich 0 und da habe ich auch 0 also die bringen mir nichts neue stufe 22 jawohl schnell kiste aufmachen vielleicht sehr schönes drinne für mich ach eyepool pool ey eyepool gamble gamble erfolge 2 noch 180 braucht er und da und da ist ein war ist denn ja wel das ich ich Meilenstein, Hurra! Da ist der Meilenstein, Da wieder Mein Tagesziel fertig, schön, zwei Blitzkriege, Blitzkriege, Blitz, 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 da, Shop, Charaktersplitter, okay, die brauche ich nicht, die brauche ich auch nicht, ne, 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 Okay, dann würde ich gleich, solange da welche kaufen, müsste ich endlich, was vernünftiges habe. Mein Team wechseln, okay, 5000, meine Kampfkraft. Ich werde gewinnen. Perfekt. Da werde ich auch noch gewinnen. Ich werde gewinnen. Ich werde gewinnen. Perfekt. Noch zweimal. Ich brauche noch zwei Siege, das werde ich auch noch schaffen. Ich brauche noch zwei Siege. 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 Automatisch stattfindet. Oh, es wird nicht perfekt werden. Einer wird sterben. Oh, doch nicht. Und doch, alle überlebt. Das werden auch wieder drei Sterne. Super. Belohnungen nehmen und nehmen. Jetzt gehen wir zum Shop. Immer noch die Sachen, die brauchen wir nicht. Wir brauchen Charaktere. Okay. Weiter machen. Okay. Weiter machen. Ach, den habe ich doch schon. Tja. Oh, noch fünf. Oh, der letzte. Oh, nein. Mist. Jetzt steht, ich darf mir einen holen. Ah, okay. Okay, okay. Dann machen wir. Ach, dann werde ich oben gehen. Ich glaube, die brauche ich zwar noch nicht. Aber egal. Ja, dann hängen wir hier wieder bei den Schurken fest. Ich brauche Schurken. Schurken. Öffne. Siv und Schildangreifer. das ist sowas von unfair könnte ich meine hellen noch mal aufleveln also herausforderung elektra letzten wunden in kampf gehen und das wird nichts der erst die ersten zwei stunden bei mir erst drei niederlage weiter und bei cross bounce denke ich das gleiche komme ich auch nicht weiter überspringen und kampf und und Vielen Dank. Boah, das war ja mal richtig knapp. Spider-Man. Brauche ich den auf jeden Fall nicht kämpfen, wenn der schon so knapp war. Gut, das war's denn von heute, für heute, von heute, Herausforderung, da finden wir ein Fernkämpfer. Events habe ich gerade gehabt, Ziele oder Schurken, gut. Dann mal für heute Schluss, dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen, ciao, ciao.